Na alle zusammen, ich gucke es wieder, tschala und schau wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir uns im Shop holen können und zwar habe ich mir das schon geholt. Wir haben es einmal in der Toybox, das heißt einmal magischer düster Wandler und ja, was macht das? Beschwört ein magisches Monument, das euer Aussehen 20 Minuten lang verändert und das Ganze hat eine Stunde Abklingzeit und das können wir jetzt hier mal aufstellen. Ihr seht, dann haben wir hier diesen Stein mit der Perle drauf, die kennen wir ja von dem einen oder anderen Murloc-Lager. Und wenn wir jetzt draufklicken, dann haben wir einen kleinen Dialog, den können wir hier einmal anklicken, berührt die Kristallkugel und dann verwandle ich mich hier in einen Murloc und mein Aussehen ist komplett anders, bis auf die Waffe, die ich anhabe, die bleibt anscheinend gleich. Und das ist jetzt ein Murloc mit so einer Haiflosse oben drauf, sieht ganz cool aus und das Ding sollen anscheinend auch andere Leute aus meiner Gruppe anklicken können. Da gibt es anscheinend einige verschiedene Murlocs. Ich klicke das jetzt mal mit dem anderen Druid an, den ich da noch stehen habe. Mal gucken, was der für ein Aussehen kriegt. Ah ja, seht ihr, das ist jetzt ein Murloc mit einem Schnauzbart und so einem Piratenhut. Ja, nicht schlecht. Genau, und da gibt es relativ viele verschiedene Aussehen. Ich kann euch jetzt mal eins zeigen und zwar können wir uns das Ding im Shop kaufen. Kostet 10 Euro und ihr seht, hier haben wir noch ein paar mehr Aussehen. Einen mit so einem Partyhut, dann haben wir einen mit einem Monokel und einem Safarihut. Dann hat einer so eine Kochmütze auf, der hat auch einen Schnauzer. Also da scheint es anscheinend einige zu geben. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt quasi das jede Stunde aufstellen und aber auch nur jede Stunde einmal benutzen. Also ihr könnt dann immer 20 Minuten lang den Buff drauf haben und auch alle Leute, die mit euch in der Raid-Gruppe sind, können da anscheinend draufklicken. Genau, mehr ist es nicht. Das Ding scheint anscheinend begrenzt im Shop zu sein. Also falls ihr das unbedingt haben wollt, müsst ihr bald zuschlagen. Und ja, das war es eigentlich soweit, was ich euch zu dem Toy zeigen konnte. Ist ein witziges kleines Ding und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt. Gerne wieder im nächsten Video. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.